Wer kann, bleibt momentan zu Hause. Dafür gibt es einen neuen Modebegriff, Social Distancing. Mit Facebook, Skype, FaceTime ist das alles kein Problem. Wir können in Kontakt mit unseren Kolleginnen, Freunden und unserer Familie bleiben. Doch wie sah Quarantäne vor 80 Jahren aus? Wir sehen es auf diesem Bild von Max Beckmann, Frau mit Katze von 1942. Das Bild zeigt Beckmanns Ehefrau Mathilde, genannt Quappi, im Amsterdamer Exil. 1937 waren die beiden aus Nazi-Deutschland geflüchtet. Herzkrank und in finanziellen Schwierigkeiten wartete Max Beckmann mit seiner Frau zehn Jahre darauf, in die USA emigrieren zu können. Trotzdem nützte er die Zeit äußerst produktiv. Zum Beispiel hier in diesem sehr gelungenen Bild, bei dem er drei verschiedene Malereigattungen, nämlich Figurenbild, Interieur und Stillleben miteinander verbindet. Dass Beckmann hoffnungsfroh und positiv in die Zukunft blickt, zeigen uns die lila Herbstzeitlosen, die im linken Bildteil gerade am Erblühen sind. Und am Schluss eine Empfehlung von eurer Kunstvermittlerin. Eine Abbildung kann niemals das Original ersetzen. Und wir freuen uns auf euren Besuch in der Albertina, wenn wir wieder geöffnet haben. Und wir freuen uns auf, wenn wir wieder geöffnet haben.